Das ist einfach so ein bisschen in Räumen zu lassen, sonst überholt der Räumen den Hebel, das ist die Zeit aber ein bisschen tollpensiger. So, aber Hebel nach außen rum, nach außen, wie beim Skull, nach außen, ein, so früher, genau, und rein. Und auch das Rein aber so klein bisschen, ich hebe, so klein bisschen, klein abfängt. Ja, genau, drehen, und ein, genau. Gleichmäßig über die Knie geht mit dem Hebel, etwa gleichmäßig rüber, nach außen, so hoch, auf der Welle jetzt. Und zögert mal nicht über die Knie rüber, das erreicht hier immer, dass ich hier über die Knie erreicht, indem er unten den Rupf findet. Also gleich immer Rupf wegnehmen, und dann um die Dolle rum. Rupf wegnehmen, um die Dolle rum. Und so, groß sitzt nach außen. Okay, jetzt machen wir zwei Stege nur Innenarm, das ist sozusagen unser Maßstabsarm. oben, wir sind hier so locker, dass wir einfach im Körpermittel die Dolle rumdrehen können, wenn wir die Außenhand rauftun. Also die Innenhand, Innenarm darf nicht gestört werden in seiner Bewegung, dadurch, dass wir den Außenarm raufpacken. Okay, zwei Stege in Innenarm, ein Schlag, beiden Händen, selber aus dem Boot anzählen. Kommt ohne Stress aus, wir haben deutliche Veränderungen mit beiden Händen. Der Maßstabsschlag ist der Innenarm-Schlag. So, guckt einmal, ihr habt hier, das ist der Kurs zu Ende. So, Maßstabsschlag, der Innenarm-Schlag. Also, ehe ihr in die Konzentration geht, erstmal ein bisschen Kurs haben. Und dann ein Guss über die Knie rüber nach außen. Aus der Bewegung, das ist verzögern. Auch nicht wieder drum sitzen, sondern einfach schön selbstbewusst sitzen. Und die Dolle rum nach außen. Genau, glatt rein. So, wenn beide Hände kommen, die Führer in den Arm geht genauso drüber weg. Ihr fangt an zu verzögern. Körper mehr vorbringen, jetzt Körper mitnehmen, das kommt hier nicht sauber, wenn ich hier. Jetzt Körper mitnehmen. So, und so sitzen, dass ihr um die Dolle rumgelegt habt, dass ihr merkt, dass beide Hände drauf sind, gibt es so eine Veränderung. Ja, ihr könnt genau so ruhig vorne reingelegt werden, ausgewischt.